so willkommen zurück zu zelda so wind waker sogar in hd zu ihm gehe ich jetzt nicht jetzt keinen bock zu haben so wenig ja gut ich sollte vielleicht doch ja genau fast perfekt perfekt ich möchte keine bomben mich interessieren deine bomben nicht dass deine brennenden kugeln bei dir danke kann ich nicht einfach eine zahl eingeben wie viele ich davon haben will du bist scheiße du bist kacke ich mag dich nicht du bist doof und kacke und ich mag dich nicht das soll reichen jetzt auch kein bock den hals mit geld voll zu stopfen wo hat er mich hingebracht hier sieht alles ein wenig düster aus ja ich habe auch genug universalfutter jetzt ja wir sind ganz hart und können das gras mit einem rasen der kaputt machen geht das eigentlich auch hier mit schweiß auf schwert ich würde voll gerne interessieren was da oben noch so alles ist aber ich probiere mal jetzt das was ich die ganze zeit schon probiert habe ohne scheiß ich habe es geschafft schon machen ich habe ja gesagt irgendwie 20 minuten oder so habe ich vorher schon angespielt bis portemonnaie oder so und ich schwöre es euch da habe ich das sogar geschafft ui ihr seid scheiße obwohl ich brauche noch ein bisschen rotes gelee der interessiert mich gar nicht die lassen ja nur grünes da das interessiert auch keinen ich weiß gar nicht ob ich was mit den krabben machen kann ich gehe jetzt einfach mal instinktiv zu omi oder nein zufaller orca vielleicht erst mal also ich denke hier merkt man auch stark dass es jetzt mittlerweile blind ist ja direkt mal richtig oh der hat da was was wir auch haben ich meine ich habe mal gehört man ich meine man hat mal gehört ich habe mal gehört dass man da noch was von den kriegen kann ja ja 2 scheiße einmal ach so der zählt da unten auch mit damit könnte ich eigentlich ewig weitermachen aber das ist bestimmt langweilig für euch halt wie richtig gegeben link alter du bist hart Okay, das ist mit Sicherheit jetzt langweilig für euch. Vor allen Dingen, weil ich jetzt nicht weiß, worüber ich mit euch reden soll. Vor allen Dingen war ich darauf gar nicht vorbereitet. Aber die Hälfte haben wir jetzt schon mal. Ein bisschen über die Hälfte. Oh, richtig geil, Link, ey. Ich muss sagen, Link hat schon drauf. Relativ. Ich habe euch doch mal von so einem Typen erzählt, der gesagt hat, Zelda ist schlimmer als Far Cry und als Age of Empires und generell scheiße. Ja. Ich möchte noch was erzählen, was er mal gesagt hat. Und zwar, ich habe ihm dann erzählt, daraufhin, dass er Far Cry besser fand. Wow. Habe ich ihm gesagt, Zelda ist das erfolgreichste Action-Adventure, was es gibt. Da sagt er, ja, Action-Adventure sind ja sowieso nur... Oh, wir brauchen nur noch acht Schläge. Jetzt nicht vergeigen. Puh, ich habe doch A gedrückt, Mann. Jetzt muss ich das von vorne machen, ey. Aber ich bin mir sicher, ich kriege eine Technik von dem dann. Auf jeden Fall hat er behauptet, äh, Action-Adventure sind ja sowieso, äh, nur stumpfen mit irgendwas hin- und herrennen und, äh, irgendwas retten oder so. Und das wäre ja sowieso alles nur Pixel-Grafik. Ich bin jetzt mal kurz fünf Minuten ruhig, damit ihr, äh, überlegen könnt, was er da gesagt hat. Übrigens ist das ja auch ein Action-Adventure. Ich habe keine Lust, fünf Minuten ruhig zu sein. Aber ihr merkt gerade den Stumpfsinn, was er geredet hat, oder? Ja, okay. Okay, ich denke, ihr habt jetzt, äh, schon in der ersten Sekunde, wo ich das gesagt habe, genug verstanden, was ich damit, äh, sagen wollte, wie doof der ist. Äh, irgendwas hat er noch gesagt, was mich richtig aufgeregt hat. Achso, Nintendo-Spiele sind ja sowieso nur dasselbe immer. Äh, immer irgendeine Prinzessin retten oder irgendwas, äh, retten halt. Ich sag, das ist bei fast jedem Spiel so. Bei fast jedem Spiel muss man irgendetwas retten. Zu spät A gedrückt, ja, ich verstehe es gerade. Der war cool. Boah, ich hoffe, er diesmal schaffe ich's. Nein! Ah! Jetzt ist gerade so ein bisschen der Wurm drin. Und ich versuche, mich jetzt so übel zu konzentrieren, wie es nur geht. Deswegen muss ich jetzt eben den nächsten Versuch die Klappe halten. Viel Spaß bei dieser Stille. Ups. Ich wollte reden. Kann ich nicht einfach eine Bombe auf ihn werfen und das zählt dann als 20 Punkte oder so? Ja, trifft er den nicht. Ja. Ja, ich drück sogar noch früher A, beziehungsweise perfekt A und erzählt das. Scheiße, ich dachte, vielleicht ist da ein Herz drin. Könnte man schummeln. Fuck, ey. Jetzt verbrauche ich 10 Minuten oder so, nur für den Scheiß, ey. Aber ich glaube, die Fähigkeit ist wichtig, die ich danach kriege, ey. Okay. Ganz ruhig. Ich will reden. Wenn das hier nicht so warm wäre, dann könnte ich mich vielleicht auch etwas besser konzentrieren. Das ist jetzt echt nichts. Er hat mich jetzt gerade voll in die Ecke gedrängt und macht auch noch Scheiße mit mir. Kommt schon, Grandpa. Jetzt habe ich gerade auf die Zahl geguckt, weißt du? Und dann will er mich natürlich angreifen, der Wichser. Boah. Der war jetzt knapp, ey. Der erste Versuch ist natürlich immer der bessere. Was? Der hat mich doch nicht mal berührt. Aber diesmal habe ich wieder 92 geschafft. Ah, ne, 90. Okay. Machen wir den Part halt wieder zum Sidequesten. Ich habe jetzt auch vergessen, euch zu sagen, wie viele Tage es bis Weihnachten sind. Aber ganz ehrlich, ich kann gerade nicht. Hoffentlich kotzt mich das Spiel nicht genauso an wie ein gewisses Spiel in Draconia. Oh, wenn er da so in der Ecke ist, habe ich voll Probleme mit der, äh, Konterattacke da. Jetzt hat er mir nicht mal angezeigt, dass ich kontern darf. Okay. Was ist das? Ey, komm schon. Das ist doch nicht wahr. 34 Treffer gerade mal. Also jetzt geht irgendwas Falsches hier ab. Ja, wie gesagt, soweit ich weiß, ist die Technik, die man hier erlernen kann, sehr wichtig. Ich will mal den sehen, der das ohne Anvisieren macht. Oder ist ohne Anvisieren vielleicht sogar leichter? Weil da rollt man ja weit weg. Aber dann kann man, glaube ich, nicht kontern, richtig? Ja. 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 Weil ohne Anvisieren ist man da weiter weg. Und kann draufhauen wie ein Wilder. Was denn? Was hat denn der jetzt angevisiert? Ich hasse dich, du alter Sack. Vorhin war mein geilster Versuch, ey. Jedes Mal gekontert, jedes Mal, äh, gut. Kombos gemacht. Ja. Achso, ich hab noch ein Leben. Ja. Das ist dann jetzt auch vorbei. Ohne Scheiß, ich hasse Faller Orca. Wenn ich könnte, würde ich ihm einen Walien in den Hintern schieben. Ne, das ist eklig. Würde ich dafür sorgen, dass ein Walien in seinen Hintern schwimmt. Nächster. Oh, da hinten waren, äh, Ritterwappen. Konnte ich das eigentlich rundholen? Ich bin voll ausgewichen, ja? Ach, leck mich doch. Okay, alles geht runter, bis auf das mit dem Ritterwappen. Aber ich mein, so eins haben wir auch schon. Fick dich. Scheiß Sohn eines verhurten Orcas. Orcas sind Killerwale. Wer es nicht weiß. Für die Jüngeren oder so. Ich hab hier den Missgebot. Ich weiß nicht, wie man noch nicht die Namen von den Dingen an dir findet, ne? Ich hasse ihn, 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 ja? Reiß ihm doch schon mal den Schädel ab, wenn er sich verbeugt. Ich denke, man hört mich jetzt kaum noch. Ich hab das Mikrofon weiter weggemacht, wenn ich schnaufe. Äh, damit ihr das dann nicht hört. Boah, Junge. Scheiß auf Konter und so, hauptsache ich kann überhaupt ausweichen. Natürlich ist es gut, wenn ich einen Konter machen kann. Er hat doch nicht mal was gemacht, ey. Übrigens achtet mal auf seine Augen, wenn er, äh, Schaden bekommt. Ich glaub, seine Augen werden rot dabei. 93 Treffer, ey. 7 haben gefehlt. Ey, und ich bin schon 20 Minuten jetzt gleich dabei, ey. Das gibt's nicht. Aber so Minispiele, die so einen ganzen Part brauchen, kennen wir ja schon, wa? Oh, willst du mir nicht zu nahe treten? Dann halt doch einfach dein Schwert weg. Oder deinen Speer. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Ich bin mal kurz weg, ne? Vielleicht bin ich auch heute einfach nur zu müde. Meine Fresse. Nein, konnte ich so kontern. Also, abbrechen von ihm. Das Spiel auch cool ist das Final Fantasy Dissidia. Und Final Fantasy Dissidia 0.12 oder so. Ich hasse das, wenn der da in der Ecke ist, ne? Das Spiel auch. Es wird vielleicht heute ein 30-Minuten-Part. Ist mir aber auch egal. Ich werde jetzt so lange weiterspielen, bis ich es hier schaffe. Vielleicht werde ich hier irgendwo was rausschneiden dann. Egal, ob mein Gelaber dann hört oder nicht. Ist mir relativ wurscht. Ich bin hier gerade so ein wenig am Verzweifeln. Für die Leute, die es interessiert. Ich wollte gerade noch die Schläge zählen. Ich bin hier gerade so ein wenig. Ich bin hier gerade so ein wenig. Das waren doch nur 100 Schläge, oder? Super. Alter, und ich dachte, ich kriege irgendeine Technik von dir. Was hat denn der Bastard dann gelabert von mir? Äh, der Typ, der mir was gesagt hatte. Der hat doch auch was von Ritterwappen und so gesagt. Zehn Stück. Ganz toll. Ich hasse dich. Du bist nicht meine Mutter. Wo ist eigentlich die Linksmutter? Hat man jemals Linksmutter gesehen? Auf zur Oma. Ach ja, der Part ist jetzt wende. Okay, wir sehen uns nächstes Mal hier wieder. Tschüss.